Wir befinden uns hier bei Salus im oberbayerischen Bruckmühl. Salus ist ein Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln und Lebensmitteln. Unsere Firma, unser familiengeführtes Unternehmen gibt es schon seit 1916. Hier nach Bruckmühl sind wir 1968 gezogen, aufgrund der verfügbaren Flächen einerseits, andererseits aber auch, weil wir hier die Möglichkeit haben, saubere Energie aus Wasserkraft zu erzeugen. Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit kann man sagen, Salus steht für ein ganzheitliches und systematisches Nachhaltigkeitsmanagement in allen Bereichen. Für uns ist es einfach von Natur aus sehr wichtig, auf den Erhalt der natürlichen Artenvielfalt zu schauen, denn jede Pflanze, die verloren geht, ist für uns ein potenzieller Rohstoff, der verloren geht für unsere Produkte. Denn wir können nur aus der Natur schöpfen, wenn die Ökosysteme und die Natur sozusagen intakt sind. Und wenn wir nicht auf die Natur achten, können wir irgendwann auch nicht mehr aus ihr schöpfen und würden sozusagen auf dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Neben unseren Arbeiten im Bereich des ökologischen Anbaus und der Züchtung versuchen wir auch so, die Artenvielfalt zu fördern, beispielsweise hier durch unser Auwaldbiotop. Die natürliche Funktion von solchen Auwäldern ist ja, dass sie als natürliche Wasserrückhaltebecken fungieren. Und dadurch kann sich auch eine ganz besondere Vegetation entwickeln und es wird ein Lebensraum für ganz viele verschiedene Arten eben geboten. Und abseits des Weges ist die Natur eben weitestgehend sich selbst überlassen. Umgestürzte Bäume beispielsweise dürfen liegen bleiben und bieten so einen strukturreichen und abwechslungsreichen Lebensraum für zahlreiche Vögel und Insekten. Und in den Teichen haben sich zahlreiche Fische ausgebreitet. Neben dem Thema Biodiversität ist ein ganz wichtiger Faktor für uns als produzierendes Unternehmen das Thema regenerative Energieversorgung und die Steigerung der Energieeffizienz. Wir haben dazu bei unserem Standort beispielsweise zwei Wasserkraftwerke und zahlreiche Photovoltaikanlagen, mit denen wir unseren eigenen Strom produzieren. Durch unseren ganzheitlichen Ansatz versuchen wir alle Aspekte der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen und uns kontinuierlich zu verbessern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017